Hallo und herzlich willkommen in der Volkswagen Arena, wo die Bundesliga-Saison mit einem echten Noller eröffnet wird. Boafer Wolfsburg empfängt heute FC Bayern München in einem mit Spannung erwarteten Jewel, das einen off-hiking-treibenden Auftakt der Vorbeiteams verspricht. Für Wolfsburg ist da jetzt eine hervorragende Gelegenheit, sich gleich zu Beginn der Saison zu beweisen, gegen Bayern München anzutreten, ist immer eine Herausforderung, aber auch eine Chance, die eigene Starke und Ambition unter Beweis zu stellen. Die Wolfer sind bereit, sich gegen die Liga-Elite zu behaupten. Auf der anderen Seite startet Bayern München mit großen Erwartungen und einer Mannschaft voller Weltklasse-Talente in die Saison. Der Rekordmeister will gleich zu Beginn der Saison ein Statement setzen und seine Ambitionen für die kommende Spielzeit unter Beweis stellen. Die Stimmung ist elektrisieren, die Fans sind begeistert und die Boonies bereitet für einen Nachmittag voller intensiven Fußballs. Die Saison beginnt hier und wir dürfen uns auf ein spannendes und dramatisches Auftaktspiel freuen. Die Saison beginnt hier. Bayern Munich's commanding victory over Wolfsburg on Bundesliga matchday 1 set a strong tone for their campaign. The win was a demonstration of Bayern's relentless drive and high-caliber performance, showcasing their intent to dominate the league right from the start. For Bayern Munich, this match was a statement of intent and an early reminder of their superiority in German football. The victory, characterised by incisive attacking play and effective game management, highlights their status as the team to beat in the Bundesliga. This result will undoubtedly boost the team's morale and confidence, reinforcing their ambitions to secure another successful season. Bayern's ability to seamlessly integrate new players and maintain their attacking prowess is a positive sign of their depth and preparedness for the challenges ahead. Their performance in this match underscores their goal to assert dominance and establish themselves as frontrunners early in the season. Wolfsburg, while facing a formidable opponent, will need to reflect on their performance and areas of vulnerability. Although they manage to score and challenge Bayern at times, the defeat reveals gaps in their defence and tactical approach that need addressing. For Wolfsburg, this result serves as a valuable lesson against top-tier opposition and highlights the level of consistency required to compete effectively in the Bundesliga.